Hi Leute und herzlich willkommen zurück. Zu was? Ich weiß, sie sehen es. Das musst du so sagen. Ich weiß, sie sehen es. Nein, ich sag das auch immer sonst so. Puh? Ich glaube, wir sind mal ein Team. Das hättest du mal mit mir absprechen sollen. Jetzt sag endlich. Okay, willkommen zurück zu Wir töten ein paar Droiden und beleidigen andere Leute. Alles willkommen zurück. Hättest du jetzt nicht noch extra sagen müssen. Jetzt müssen wir doch weiter üben. Du bist ein Idiot. Du bist ein Idiot. Du bist ein Idiot. Du bist ein Idiot. Wollen wir uns jetzt den ganzen Part zu durchziehen? Ich gehe mich dadurch anschnauzen. Guck mal, Boba Maga. Boba Maga. Mann, hat der einen dummen Arm. Boba Maga. Boba Maga. Boba Maga. Boba Maga. Was für ein Dilliger Nerve. Extrem wärmlich. Boba Maga. El Ejzatu. Den kann man ja gar nicht mal aussprechen. Der hat irgendwie zu wenig Vokale drin. Da fehlen irgendwie gefühlt fünf Vokale. Mindestens. Ejzatu. Die echte Fähne. Am Ende sind es fünf Vokale, oder nicht? Kreol finde ich toll. Kreol. Ja, Kreol. Das kann man wenigstens aussprechen. Ja. Ey, der da hinten greift mich an. Mach was dagegen. Das ist doch. Nein, das ist nicht cool. Stimmt. Hier hat man ja so als Bonus-Quest, dass man so viele, so Mega-Mörder viele Droiden kaputt machen muss. 30 Stück? Ja, aber wir müssen hier sogar für die Story hin. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, klüger, wenn wir direkt in die Richtung, wo wir für die Story sowieso hin müssen, rennen gehen. Okay. Trick, warum machst du das da nicht? Los. Schneller. Mach. Mach, wofür ich zuvor bin. Ah, hier ist noch so ein Droide, den wir brauchen. Virus wird hochgeladen. Yay. Oh, ich wäre da fast runtergefallen. Ah gut, doch, ich käme noch wieder hoch. Ich habe gerade in letzter Zeit so viel Dark Souls gespielt. Ich habe Angst vor Sachen, wo ich runterfallen kann. Wo meinst du so mit Droiden? Ja, die kriegst du, glaube ich, immer mit, die Suchdroiden. Ach so, ja. Wie weißt du, was ist denn da vorne? Äh, bewegen die sich alle nicht? Können wir die angreifen? Ja, die können wir angreifen, aber wir wollen erstmal... Keine Ahnung, wir wollen erstmal weiter geradeaus. Okay. Und irgendwie komme ich gerade mit der Steuerung nicht mehr klar. Ich weiß auch nicht, warum. Na. Heute komme ich hier mit der Steuerung nicht klar. Ungefähr so. Nicht alle können wir angreifen, aber ein guter Teil. Bisschen lazy, ne? Lass mich durch die Arsch, Lächer. Nur so Attrappen da reinzuhauen. Ey. Lass mich nicht. Andersrum, linksrum und unten. Warte auf mich. Unten ist eigentlich bloß... Oh, Moment. Ich erinnere mich, glaube ich, an etwas. Aha. Ja. Hier ist ein Aufzug. Ich erinnere mich, glaube ich, dass hier noch irgendwo ein Datacron war, den ich sah, den ich einmal geholt habe und danach nie wieder. Ah. Die Aufgabe heute, finde den Datacron. Wann kommt der Aufzug? Keine Ahnung. Sind wir schon da? Nein. Sind wir jetzt da? Ja. Okay. Sind wir schon da? Ich habe doch gerade gesagt, dass wir da sind. Sind wir schon da? Ja, sind wir. Okay. Das solltest du nicht machen. Ich rühre mich auf. Eben. Das solltest du nicht machen. Ich merke schon. Ja, stimmt. Hier gibt es ja dann eine zusätzliche Quest, die wir machen könnten. Aber ich habe irgendwie... Na, eigentlich... Sind wir schon da? Ich halte die Idee, dass wir diese Quest machen, für fragwürdig. Warum? Ich weiß nicht. Guck mal, wie viel die aushalten. Ich meine, das ist jetzt so die... Also ziemlich die erste Truppe. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie noch... Äh, dass wir dann irgendwie weiter voranschaffen, ne? Ja. Wenn wir jetzt schon so große Probleme bei der ersten Truppe haben. Ja, ich werde mal tricklein. Hui. Ich muss erstmal ein bisschen mein Leben regenerieren. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen... äh, meine Energie. Oh, ich halte mal tricklein. Und du kannst so lange... So lange kannst du die kleine tricklein hochheilen. Trick, warum heilst du dich eigentlich nicht selbst? Du kannst auch selber gut heilen. Because trick sucks. Nein, trick sucks not. Bitte. Ich liebe dich. Ich dich auch. Okay, ich kann euch noch mit ganz großer Sicherheit sagen, hier ist scheiße. Aber hier irgendwo war ein Datacron, aber ich habe keine Ahnung mehr wo, also zurück. Wait for me. Sind wir schon da? Ja. Ich lasse mich jetzt erstampfen. Viel Spaß. Wird getötet. Viel Spaß. Oh mein Gott, ich habe Angst. Nein, die stehen immer noch da drunter. Nein, Schatzi. Wieso, ich lebe noch. Oh, okay. Hi. Guck mal, jetzt kann ich nicht erspringen. Was macht Kaleo da? Hochgucken. Wieso stehen die da so komisch? Wie war nochmal der Befehl, den du so sehr mochtest? Warum gucken die an die Decke? Keine Ahnung, wie war nochmal der Befehl, den du so sehr mochtest? Na? Den Gesichtsausdruck, den ich machen konnte. Wütend? Traurig? Ich habe keine Ahnung mehr. Ne, traurig ist es nicht. Sag mal. Glücklich? Nein, es war irgendwas so. Wütend? Schön, dass du entsetzt bist. Mal gucken, jetzt hier wenigstens normale Quest. Die Bereichs 4 Quests können wir eigentlich ab. Und das andere Bereichs 4 Quest. Okay, das lassen wir auch alles. Verdammt! Hihi! Wenn es das Teil gesagt hat, dass wir hier runter müssen. Aber hier können wir auch halt die ganzen Okara-Druiden und so machen, ne? Nur ganz ehrlich. Boah, ich weiß noch, wie ich das erste Mal hier mit meinem, äh, Ziv-Krieger war, ne? Ja. Bin ich hier runtergegangen und habe mich gewundert, warum das so schwer ist alleine. Na. Böse? Kalio, hör auf so's zu gucken. Nein, dann grinst man böse. Äh, wütend? Das war auf jeden Fall was, was nur du machen konntest. Ja, ich weiß noch nicht mehr was. Kannst du dich nachgucken? Ne, ich suche ja gerade, wo ich das nachgucken könnte. Das müsste ja irgendwo eine Liste geben, aber ich hab keine Ahnung, wo es die gibt. Finde ich bei Stimmungen. Ja, und wo finde ich Stimmungen? Guck mal. Äh, bei Emotion. Wo finde ich Emotion? Ähm, bei diesem winkenden Mannequin? Moment, hier Emotion. Ah, ja, okay. Weil dann Stimmungen... Unruhig, deprimiert, erfreut, erwartungsvoll, fassungslos, frustriert, geschmeichelt, unbehaglich, verblüfft, vererdert. Ich schossiere hier... Weinerlich! Ich schossiere Verführerschutzschweig herum. Weinerlich war's. Komm her. Let me see it. Seht ihr, wie mal leicht man sie zu lachen bringen kann? So ganz, ganz leicht. Ich hab noch nie gesehen, dass man einem Menschen so leicht zum Lachen bringen kann. Noch nie. Jetzt will ich mal was versuchen. Pudding. Okay, sie lacht noch über Pudding, also ist das gut. Nein, lach nicht über Pudding. Ich hab immer noch mit dem Gesicht gelacht. Hä? Ah! Schau, ich bin alleine. Ja. Nur Kalio ist bei mir. Kalio, lach für mich. Nein. Ich hab immer so lachen. Hallo, warum gehst du nicht... Oh, okay, lass drücken. Ja, ich bin auch erstmal die ganze Zeit da gestanden. Ja schon, warum bewegt sich denn nichts? Ja. Und halt... Ah. Kann ich mich hier durchbleiben? Äh, hat mir aber natürlich den Nachteil, dass du weit aus weniger Erfahrungskonflikt kriegst und so bist als recht hinter mir. Ah, stimmt. Auch wieder. Aber ich hab keine Lust zu kämpfen. Ich bin so schwach. Aber du musst. Ich bin so schwach und wir sind noch genug vor ihnen. Was zählen die für die, äh, Bonus-Quest, die wir bei der anderen Quest haben? Ich sag ja, hier gibt's noch genug Ruinen. Die hier zum Beispiel kann ich töten. Scheiße, will ich jetzt falsch gelaufen? Manja, manja. Ich mag Treak. Muss ich überhaupt hin? Ich glaub noch da vorne rechts. Ähm. Fuck. Treak, hilf mir doch mal. Hör auf mich zu heilen. Kämpfe mit. Ich könnte euch da hinten mal looten. Das kommt davon, wenn man einen Fernkämpfer spielt, dann lootet man die ganze Zeit nicht. Das ist immer so der große Nachteil, ein Fernkämpfer sein. Der Nachkämpfer hat immer das Problem... Äh, der Nachkämpfer. Der Nachkämpfer hat immer das Problem. Er lootet die ganze Zeit, selbst wenn's unpraktisch ist, ne? Ja. Und der Fernkämpfer hat das Problem, er lootet nie. Uh, aber ich muss mal echt sagen, das hier sieht relativ cool aus. Toll. Das ist mal seit langem mal wieder eine Umgebung, die nicht so aussieht wie alle anderen Umgebungen und dann sogar mal relativ cool aussieht. Toll. Nur irgendwie hab ich's gerade heute mit der Kamera nicht so wirklich. Ich weiß auch nicht warum. No. Die Kamera und ich sind zum Beispiel ein bisschen fein. No. Na wohl, ich töte mal ein paar Droiden. Die vier... Die vier... Also ich kann nicht direkt die ganzen, äh, bereich vier Quests abbrechen. No. Weil da einfach zu wenig Leute... Ja, schaffen wir einfach zu zweit nicht. Ja, ja, wir könnten sie es schaffen, aber... Ah, da müssen wir richtig viel planen und da würden wir da mindestens sechs Pads dran sitzen. Okay. Und ich glaube nicht, dass es das wert ist, dass die Leute es unbedingt sehen wollten. Oh, ich find das so geil, dass die Droiden hier einfach mal so kaputt gemacht werden. Toll. Von elektrischen Schlägen. Ich mag Trick. Ich auch. Ich mag Melly. Ich auch. Ich mag Star Wars. Ich auch. Freust du dich schon auf den neuesten Star Wars Film? Alter. Ich hab' mit Röde gesprochen. Mit... Kart... Na mal, war's Eric Skywalker oder Cartman Skywalker? Ich hab' keine Ahnung. Wie wollte Eric... Wie wollte Eric seine Rolle nennen? Cartman Skywalker oder Eric Skywalker? Mann, Pip weiß das bestimmt noch. South Park Quiz-Frage. An welchem Tag hat Butters Geburtstag? Ich hab' keine Ahnung. Elfter September. Oh. Pip weiß das. Toll. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich diesen kleinen Fakten merkt, aber er ist ja so ein großer Butters-Fan. Echt? Ja. Das Gute ist, wir können hier komplett über Pip... Wir können hier über Pip lästern, ne? Ich weiß, er guckt sich das Star Wars Zeug nicht an, das findet er irgendwie langweilig. Gut. Hm. Umso besser. Kann man die ganze Zeit über den lästern. Pip ist scheiße. Pip sieht doof aus. Pip hat ne doofe Frisur. Ich glaub, Pip mag nicht. Pip ist ein dummer Name. Das glaub ich so. Nur dumme Kinder heißen Pip. Ich glaub, Pip mag mich nicht. Wieso glaubst du, dass Pip dich nicht mag? Glaube ich einfach. Ich glaub, deine Freundinnen mögen mich nicht. Das ist auch kein Wunder. Wieso? Weil du sie sehr offensichtlich auch nicht magst? Nein. Ich find die alle zu... Okay, ja, ich mag sie auch nicht. Siehste. Na und? Ich bin liebenswert. Nein, bist du nicht. Ich bin super süß und super kuschelig. Nein, bist du nicht. Doch, du. Nein, bist du nicht. Du findest mich also nicht süß? Oh mein Gott, bin die Warte so süß. Nein, find ich nicht. Tö? Schatz, ich find dich süß, aber meine Freundin nicht, weil du einfach nicht zutraulich zu Menschen bist. Ich mag halt keine Menschen. Du magst nur, äh, du warst nur, äh, äh, Vorwartung, ne? Ich weiß nicht, also ich glaub, wenn ich, äh, ich glaube, wenn ich Sheldon treffen würde, ich glaub, wir würden uns sehr gut verstehen. Glaubst du? Irgendwie ja. Ich glaub, ich würde sehr gut mit Sheldon auskommen. Hm. Los, Kaliho, greif an. Ich glaub, aber ich würde erst recht gut mit Arbit auskommen. Ja, bestimmt. Mann, ich will endlich die vierte Staffel von Community gucken. No. Mach doch. Nee, ich würde so richtig gucken. Pro sieben fahren, macht mal hin. For me. Für mich pro sieben fahren. Übersetzt. Ich weiß, es ist noch nicht durchgelaufen, aber übersetzt schon mal. So, Bonus-Mission durch. Toll. Wo wir gerade so bei, äh, Serien sind. Was ist denn deine liebste Fernsehserie? Meine liebste Fernsehserie? Ja. I have no idea. Nicht nicht? No. Ich will mich hier einfach mal eben, kurz zu durchschweigen, finde ich echt gut. Scheiße, die haben mich jetzt doch gemerkt. Ja. Haben sie. Uh, Zwischensequenz, uh, es wird spannend. Toll. Dank sei den Sternen, dass ich euch erreicht habe. Tut mir leid, dass vorhin. Als chemisch dabei war, konnte ich nichts sagen. Stationschef Renault hat mir gesagt, dass ihr vom imperialen Geheimdienst seid. Also habe ich alles so schnell vorbereitet, wie ich konnte. Wie auch immer. Ich bin Sanjupain. Aber das wisst ihr wohl schon. Schwatzt ihr immer so viel? Manche Frauen halten das für charmant? Chemisch hat euren Hintergrund überprüft. Der Geheimdienst hat ganze Arbeit geleistet. Da gibt's kein Problem. Ich gebe mein Bestes, um etwas über den Anführer der Zelle herauszufinden, den grauen Stern. Vielleicht erfahrt ihr mehr, wenn Chemisch euch vertraut. Habt ihr irgendwelche nützlichen Informationen für mich? Tut mir leid. Ich wollte nur das Wesentliche sagen. Eines noch. Diese Energiekerne, hinter denen ihr her seid. Ihr wisst, was Chemisch damit vorhat, ja? Sie wird Zobrig angreifen. Sie wird einige der neuen Rekruten die Bomben platzieren lassen, um die Stadt und die imperiale Basis zu treffen. Kommt der Mission nicht in die Quere, Sanjupain. Ich weiß, ich weiß. Hört mich nur zu Ende. Ich kenne einen Weg, um die Energiekerne zu deaktivieren, ohne dass Chemisch euch verdächtigt. In der Fabrik gibt es eine Maschine, die das kann. Wenn ihr die versiegelte Kiste durch die Maschine laufen lasst, werden die Kerne geröstet. Chemisch wird sehen, dass ihr sie nicht geöffnet habt und wird annehmen, dass sie mit der Zeit verfallen sind. Meine Geduld ist bald am Ende. Ich... Hört zu, es tut mir leid. Das stand mir nicht zu und es wird nicht wieder passieren. Die Mission ist zu wichtig, als dass Chemisch Verdacht schöpfen dürfte. Ich sehe euch dann, wenn ihr zurück in Druida seid, okay? Sanjupain. Habe ich irgendwie mein, äh, äh, habe ich irgendwie Pips Geburtstag falsch in mein Handy eingespeichert? Oder stimmt es wirklich, dass er an, äh, Happy Kadaver Geburtstag hat? Warum? Da steht Frohnleichnam und Pips Geburtstag. Ah. Und ja, ich finde irgendwie Frohnleichnamen, das sollte man lieber Happy Kadaver nennen. Ich weiß, das ist eine Fehlübersetzung, aber ich finde es viel lustiger. Happy Kadaver. Ja, Happy Kadaver. Das klingt echt nicht so doller. Ja, es liegt halt daran, das ist halt Frohn, aber es hat nichts mit Frohen oder so, ne? Ja. Aber warum heizt es dann so? Ist mir auch eigentlich scheißegal. Ich weiß nicht mal, warum wir den Feiertag feiern. Ich auch nicht. Das Einzige Wichtige ist, ich hab Freil. Äh. Deswegen im Sommersemester die Kurse eigentlich immer so gelegt werden sollten, dass man sehr viel Donnerstags und Freitag, äh, dass man vor allem sehr viel Donnerstags hat. Weil die meisten Feiertage fallen auf einen Donnerstag. Na. Und das heißt, wenn natürlich Donnerstag weg ist, brein, frei. Hm. Naja, wir sind hier am Ende angekommen. Wie immer abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, sagt zu euren Freunden. Und schalt das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Hi. Ah, scheiße, ich sterbe.